So, wir waren heute gut unterwegs und vielleicht so drei Stunden am Strand baden und jetzt sind wir ganz vor dem Ziel. Ja, wir haben hier erreicht, vielleicht in eine halbe Stunde. So, wir gehen heute zum Beach und haben eine sehr schöne Zeit da. And I decided to change the language in my videos to German and English. Maybe it's helpful. Or maybe not. I will try it. So, werde ich also versuchen, einfach in Deutsch und in Englisch zu sprechen und mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin gespannt, vor allen Dingen, ob das früh funktioniert. Und abends habe ich manchmal so Sprachaussetzer, dass ich einfach nicht mehr weiß, in welcher Sprache ich denke oder so. Aber das ist gar nicht so kompliziert, das macht Spaß. Genau. Und jetzt sind wir fast am Ziel.